Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Raffi Zwissig, ganz herzliche Gratulation zu dem tollen Sieg am Appenzeller Kantonalen Schwingfest. Ein erster Sieg am Kantonalen, das ist etwas Besonderes für dich am Torne im Appenzell. Das ist so, das ist riesig und es ist mein erster Schlussgang am Kantonalfest und dass ich gerade gewinnen durfte, den Kampf auch noch nicht attraktiv ausgesehen hat, es war so kräftig. Bei dieser Temperatur war es sehr streng. Gerade ein Wort zu dieser Temperatur. Wenn wir den Zuschauern zuschauen, wie die geschwitzt haben und ihr habt fast 12 Minuten gemacht, bis ihr den Schlussgang kam, vorher schon 5 Gänge. Wie geht man mit dieser Hitze herum? Es ist für alle gleich und ich persönlich habe viel lieber so heiss als kalt und Regen. Ich mag die Hitze relativ gut wegstecken und es ist einfach nur schön. Zu den ersten Gratulanten haben deine Kinder gehört, Frau. Familie bedeutet dir viel. Ja, die Familie ist alles. Solange sie hinter mir steht und sie im Rücken kann ich auch schwingen. Wenn sie nicht mehr mitmachen, nicht mehr jeden Sonntag mitkommen und mich zu Hause unterstützen, dann kann der Sport auch nicht mehr auf diesem Niveau betreiben und darum sind sie alles für mich. Am letzten Sonntag hast du noch die Sommer gesagt. Ja, ich muss sie jetzt langsam hören. Aber nach dem heutigen Tag ist das kein Thema mehr. Es war am Ende schon kein Thema mehr. Das überschlafen hat gelangt und ich wusste, so will ich nicht hören. Und ich weiss, dass ich mich letztes Sonntag gezeigt habe. Und dass jetzt gerade so aufgegangen ist, das ist natürlich ein Traum. Das glaube ich. Und jetzt hast du am Schluss gerne noch den Vorernöldi nehmen. Einen guten Kumpan, einen langjährigen Kumpan, den du schon manchmal auch verloren hast. Das ist noch ganz besonders. Ja, das ist so. Das ist das erste Mal, das ich gegeben habe, gewonnen konnte. Und ja, umso schöner kann ich auch noch gewonnen haben. Jetzt noch ein Wort zum Muni, den du gewonnen hast. Gehst du jetzt mit ihm das Fussheim auf Geiss rüber? Man ist ja Sonntag, hast du ja die Zeit. Die Zeit hätte ich aber, er verbarmen mich ein wenig. Ich weiss nicht, wer zuerst im heissen Tierrinnen versauft, ob es er ist oder ich. Wenn beide nicht die Lichter sind, dann darf man nicht nur zum Besitzer. Ja, noch einen Blick nach vorne zum Schluss. Wie geht es jetzt weiter mit dir? Also heute und morgen ist fest angesagt, hoffentlich. Wie geht es weiter im Sport, zu schwingen? Also heute werden wir sicher noch etwas fest. Das ist so. Und dann wird die Konzentration auf der Regie sein. Nächsten Sonntag. Und eine Woche später gehe ich auch noch als Bündner. Und dann, ja, haben wir wieder eine Pause. Und freue mich dann auf das, was weiter noch kommt mit der Schwegalp, das ein riesen Highlight wird sicher mit dieser Besetzung. Und dann darf ich noch als Gast als Bärmer in die Hölle des Löwen. Und ja, ich freue mich darauf. Wir wünschen dir alles Gute, vor allem gute Gesundheit. Und schwingen so weiter, wie du es heute zeigst. Dann schaut man eben verdammt gerne zu. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Untertitelung des ZDF für funk, 2017